So, war das mit einem neuen Podcast und jetzt geht's immer mehr, und das habe ich auch selbst schon gemerkt, in die Zensur. Und Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit und so ist das nächste, was in Deutschland sterben wird und auch schon zum Teil gestorben ist. Und ja, jetzt wird's richtig krass und jetzt wird online, also online wird generell schon seit Jahren zensiert. Aber jetzt soll die Überzensur kommen und jetzt sollen Plattformen verboten werden und jetzt sind Spaziergänge rechtswidrig. Und ja, es hat übrigens auch ein bekannter Journalist mitbekommen, wie das so oder was es so bedeutet. Da kam er wohl vorbei mit seiner Freundin an einer Demo oder an einer bereits beendeten Demo und er hat dann eben den Polizisten gefragt, was da eben los ist und so, weil er halt Journalist ist. Und plötzlich lag halt er dann mit seiner Freundin auf dem Boden, verletzt und gefesselt und wurde eingepackt. Ja, das ist recht interessant, da er natürlich einer der vordersten Schreier war, was halt so diese Sachen angeht, so diese Maßnahmen und so weiter. Und plötzlich geht er vorbei und durch nichts, was er gemacht hat, wird er quasi halt erstmal verletzt und mitgenommen. Also ich meine, ich finde das relativ interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist schon ein bisschen Schadenfreude da. Ja, denn jetzt kriegen mittlerweile auch die Leute, die das Ganze extrem befürwortet haben und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Ganze teilweise sogar noch ihre extremen Meinungen und ihre antidemokratischen Meinungen verbreitet haben. Plötzlich trifft sie, ja. Also ich meine, das finde ich immer interessant. Ja, auf alle Fälle hier. Jetzt wird es nur noch geisteskrank. Dutzende rechtswidrige Spaziergänge. Also das kann man nicht mehr irgendwie in den Satz packen, dass es wirklich, also ich meine, noch mehr Diktatur geht, glaube ich, kaum mehr. Also vielleicht noch so wie in Nordkorea, dass man die Leute jetzt hier nicht nur mit Helmen drumstehen lässt, sondern vielleicht noch mit, ich weiß nicht, AKs oder so. Ich weiß nicht, was die Nordkorea haben. Vielleicht irgendwie Maschinenpastolen. Keine Ahnung, kann sein. Vielleicht laufen ja noch mit einem MG42 rum oder so. Würde passen bei denen. Auf alle Fälle, jetzt wird es halt echt richtig geisteskrank. Ja, also ich meine, da habe ich schon mal dieser Titel. In Ostdeutschland ist der Rechtsstaat gefordert bei dutzenden rechtswidrigen Spaziergängen. Also ganz im Ernst, es ist an Dummheiten nicht mehr zu überbieten. Und es auch an Radikalität und diktatorischem Kurs der Regierung nicht mehr zu überbieten. Also das ist komplett krank. Und ich finde es auch interessant, einige Proteste waren genehmigt, andere als vorher verboten worden. Ich erinnere euch mal ganz kurz, was das Demonstrationsrecht in Deutschland nicht sein sollte. Ganz früher waren Demonstrationen A, nicht zu verbieten und B, mussten nicht mehr angemeldet werden. Mittlerweile müssen die Demos nur angemeldet werden. Die müssen nicht irgendwie erlaubt werden oder in sonstiger Art und Weise irgendwie von Gerichten oder von irgendjemandem abgesegnet werden. Die sind nicht genehmigungspflichtig, die sind nur anzeigepflichtig. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und plötzlich ist es so, ja, Demos werden einfach verboten. Oder wenn man Demos nicht verbieten kann, dann positionieren sich um den ganzen Ort, teilweise um die ganze Stadt rum, Polizisten machen Straßensperren und halten quasi jeden auf, der da reinfahren will, oder der halt eben für, oder nach deren Ermessen, was auch immer das bedeutet, Demo-Teilnehmer sein könnte. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich geisteskrank. In was für eine absolute totalitärische Diktatur, dass wir hier einfach abstürzen. Es ist, man kann es sich einfach nicht mehr ausdenken. Ja, also ich meine, wir erleben das gleiche wie in den 30er Jahren. Ich meine, ihr müsst euch wirklich mal überlegen. Das sind Polizisten, also wirklich hundertschaften von Polizisten, die ganze Städte abriegeln. In Deutschland, in einem Land, welches mal demokratisch war, oder sich immer als demokratisch bezeichnet hat. Also es ist, es ist wirklich nur noch krank. Es ist absolut nur noch geisteskrank. Ja, hier auch interessant, Hausarzteschef hält Viertimpfung für unausweichlich. Es geht alle drei bis sechs Monate so weiter. Ähm, ich finde es auch interessant, ähm, was denn so manche Leute schreiben und so. Also, und dass man tatsächlich auch immer noch nach über eineinhalb Jahren irgendwelche dummen Zitate bringen muss von Politikern. Nicht zu impfen ist, oder es gleichzusetzen mit der Freiheit, andere zu gefährden. Also, da muss man sich halt einfach wirklich schon, ähm, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Also ich meine, wer es heute nicht verstanden hat und wer seit eineinhalb Jahren die gleichen Phrasen benutzt, ich weiß es nicht. Ja, auch interessant. Impfen macht Freischild in Freiburg. Urteil wegen Volksverherzung rechtskräftig. Ähm, das war 2020. Props an ihn, weil er es zumindest vorhergesehen hat. Und interessanterweise sind hier die gleichen Phrasen auch teilweise schon von Politikern benutzt worden. Ähm, man kann sich ja frei impfen und so. Und zwischen frei impfen und Impfen macht frei in dem Zusammenhang. Also okay, ich meine, er hat sich vor ein KZ gestellt. Das ist halt wahrscheinlich einfach ein bisschen geschmacklos, finde ich. Aber, oder? Wo war das hier? Nee, auf einer Demo war das sogar. Nee, es war... Ach sorry, im Stil des Eingangstors. Okay, im Stil des Eingangstors. Aber auf einer Demo, interessanterweise. Also, ich weiß nicht, was mit diesem Land kaputt ist. Aber mittlerweile, hier geht es einfach nur noch darum, Meinungen tot zu machen. Leute mundtot zu machen. Ähm, Demos zu verbieten. Und, äh, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Absolut nichts mehr. Wir sind einfach eine, 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 eine Republik ist schon seit wahrscheinlich Jahren. Aber wir sind einfach eine Diktatur geworden. Und, ähm, diese Diktatur, die wird sich immer weiter ausbauen. Und sie wird immer mehr Macht beanspruchen. Und wir werden uns immer unfreier machen. Und, ähm, mal so ein kleines Beispiel zu den USA. Habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Du kannst in den USA sogar einen Polizisten beleidigen. So viel du willst. Es ist vollkommen egal. Und einfach aus dem Grund, weil das Recht auf freie Meinungsäußerung dort höher gewertet wird, als das Recht, ähm, was heißt das Recht, äh, als das Straftatbestand der Beleidigung zum Beispiel. Und, ähm, das Ganze ist nicht nur so vor Gericht so, wo die überlegt haben, hm, ja, hm, mal abwägen und so, sondern, ähm, das Ganze war von vornherein extrem klar. Das war keine lange Verhandlung, wo man irgendwie überlegen musste, sondern es war ziemlich klar und ich glaube, es war am ersten und zweiten Tag der Verhandlung auch beschlossen. Das heißt, die haben klipp und klar gesagt, nein, das ist so und so, das Recht auf freie Meinung überwiegt immer und kann nicht eingeschränkt werden und darf nicht eingeschränkt werden und am Ende hat dann teilweise, äh, teilweise schon, am Ende hat dann, ähm, der Polizist zum Teil noch eine Mitschuld bekommen, ähm, die dazu führte und, äh, ich weiß nicht, ob der dann auch, oder generell, ob der dann eine Verurteilung bekommen hat, eine Geldstrafe bekommen hat, weil, äh, dieser Polizist eben diesen, diesen Verurteilten in seiner, in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung, ähm, ich hab das genannt, beeinträchtigt hat oder so, ich hab grad nur einen englischen Artikel im Kopf und ich versuch das grad so, äh, irgendwie halbwegs zu versetzen, ähm, auf alle Fälle hat den halt irgendwie eingeschränkt in seiner Meinungs-, oder in seiner freien Meinungsäußerung und, äh, der Polizist kann dann quasi, also der Polizist, der beleidigt wurde, kann dann quasi verklagt werden. Und so müsst ihr wirklich mal überlegen, sowas im Gegensatz zu einer wahrscheinlich echteren Demokratie und dann hast du sowas in Deutschland, was auf einem fucking Schild draufsteht, äh, was dann verurteilt wird. Also es ist wirklich krank. Ja, und auch, ähm, Facebook admits the truth, fact-checks are really just left the opinion. Ähm, das ist übrigens nicht nur hier, das hab ich, äh, ein bisschen, äh, länger recherchiert. Und zwar, Facebook wurde verklagt, weil die Sachen löschen und diesen, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, die haben unter irgendeinem Typen da, dieser Stossel, keine Ahnung, hat irgendwas gepostet zum Thema Klimawandel und dann kam eben ein Ding drunter, hier, fact-check, bla bla bla, so und so. Dann hat der Typ die verklagt, Facebook, und dann hat Facebook sich darauf berufen, auf, ähm, das sind ja nur Meinungen, also fact-checks sind nur Meinungen, das ist hochinteressant, und, äh, haben damit quasi eine Verurteilung, äh, oder sind quasi mit einer Verurteilung aus dem Weg gegangen, ähm, mit der Begründung, dass das ja freie Meinungsäußerung wäre. Und wie wir gerade schon mitbekommen haben, freie Meinungsäußerung ist in den USA ja quasi das Nonplusultra. Und ich finde das interessant, also Facebook selbst bezeichnet ihre Fact-Checking, äh, den Fact-Checking-Aktionismus als Meinung. Es geht nicht um Facts, es geht um Meinung. Ja, auch hier nochmal, äh, sogar beim, äh, NTV, Telegram-Dicht machen, wieder eine Autokratie. Ähm, in Deutschland will man Telegram verbieten, weil alles Schwurble, alles Rechtsextreme, jeder ruft zu Morden auf und, ja, dieses Land wird einfach nicht digital erwachsen. Kann man, glaube ich, ja einfach mal so stehen lassen. Ähm, ja, also ich meine, es ist natürlich wie bei Bitcoin. Alle sind kriminell, alle Nutzer sind kriminell, alle sind Querdenker, alle sind Rechtsextreme, ist es sowieso das Gleiche, alle sind Schwurbler, alle sind Staatsfeinde, alle sind antidemokratisch und so. Alle sind rechts. Ähm, man kennt's. Ja, dann sonst geht's auch noch ein bisschen weiter, was die Politik in Telegram unternehmen kann. Und ich find's auch interessant, zum Beispiel, wie immer wieder erwähnt wurden, auch von Politikern, ich hab das jetzt gerade nicht hier, ähm, wie es da immer wieder um das Ding Demonstrationen geht. Ja? Es geht nicht um Straftaten, es geht nicht um irgendwelche Hasskommentare. Ich frage mich, was an Hasskommentaren schlimm ist, wenn die, äh, unter Gleichgesinnten dann, äh, abgegeben werden. Also ich meine, ohne Richte kein Kläger, logischerweise. Und wenn es einen Kläger gäbe, dann könnte man Leute auch anklagen. Denn, äh, Telegramm macht nicht unsichtbar und Telegramm, äh, ist nicht, äh, es schützt nicht vor Verfolgung. Und auch hier haben wir wieder dieses dummdeutsche, äh, Ding, die grenzende Meinungsfreiheit. Ganz im Ernst, in keinem demokratischen Land gibt es grenzende Meinungsfreiheit. Ja, also das gibt's in demokratischen Ländern quasi nicht, nie. Und, äh, Deutschland hat sich von der Demokratie schon längst verabschiedet. Und auch die Meinungsfreiheit ist schon längst dahin. Also, das ist, es ist ein Witz. Und auch zum Beispiel bei mir, äh, ich wurde hier zensiert, ähm, es passiert wieder, kauft nicht mit dem Ungeimpften. Und hochinteressanterweise wurde es hier zensiert für medizinische Fehlinformationen. Ja? Medizinische Fehlinformationen. Für ein Video, wo es um Kritik von Protesten oder Umproteste ging, ähm, die sich gegen Ungeimpfte, äh, richteten. Oder mutmaßlich gegen diese richteten. Ähm, und das ist für YouTube, äh, medizinische Fehlinformationen. Ach, und übrigens, falls ihr euch das noch nicht kennt, Behauptungen über Schutzempfungen gegen Covid-19, die da übereinstimmenden Expertenmeinung, übrigens ein lustig übereinstimmende Expertenmeinung, sowas gibt's nicht mal, lokale Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisationen widersprechen, sind auf YouTube nicht erlaubt. Also YouTube sagt klipp und klar, du darfst der WHO nicht widersprechen. Die WHO sind... ...unsere Regierung, sind unsere Heiligen. Ja, also es ist wirklich wie eine Religion. Du darfst, äh, du darfst, wie ist das im Islam? Du darfst nicht, äh, den, den, den Typen beleidigen, keine Ahnung, wie der heißt, Mohammed oder so. Du darfst nicht Mohammed beleidigen, du darfst nicht Mohammed widersprechen, kein Plan. Und hier bist du einfach so da und YouTube sagt, du darfst der WHO nicht widersprechen. Es ist wirklich alles wie eine Religion. Wirklich wie eine Sekte einfach. Also es ist, es ist einfach unglaublich, dass man, dass man, nee, einfach nee. Ja, auch bei Reitschuster sind sehr interessante Sachen. Wünscht sich Journalisten mehr Zensur? Ähm, ja, den Journalisten kann's gar nicht schnell genug gehen. Und allein schon mal diese Fragen, ich finde lustig, dass sie übrigens Alter heißt, aber wir machen nur so nebenbei. Ähm, ja, wie man denn dazu steht zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Und was haben wir sonst noch? Ähm, ich glaube, bei den Metern da unten ging es noch ein bisschen härter her. Äh, mich würde interessieren, ob die Ministerin die Gefahr sieht, dass sich eine regelrechte Terrorbewegung aus dieser militanten Querdenker-Szene entwickelt. Also nochmal kurz zusammenfassend. 95 bis 99 Prozent der Querdenker sind friedlich, sind zwischen jung und alt, aller politischen Richtungen, äh, protestieren für die Einhaltung des Grundgesetzes, für die Meinungsfreiheit, für die Rückkehr der Freiheitsrechte und für die Beendigung dieses ganzen Wahnsinns. Und die sind natürlich alle Terroristen, die sind militant, ja, also ich meine, es gibt zwar keine Hinweise darauf, aber, ähm, ich meine, wenn man einfach so linksgrün in diesem Milieu drin ist, dann ist alles der Opposition Terror, dann ist alles militant. Und, äh, das ist das Gleiche, wie zum Beispiel auch in China, äh, benutzt wird, also außer dieser Sprache ist einfach genau die Gleiche, wie sie von Kommunisten zum Beispiel benutzt wird. Und, äh, auch China sagt zum Beispiel, ähm, wir brauchen unsere Lager, denn hier geht, äh, Gefahr aus und wir müssen die umeziehen und die sind militant und, äh, alles Mögliche. Also das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und noch hier, welche Handhabe sieht die Innenministerin denn dafür, ihre Forderungen tatsächlich durchzusetzen? Also ich finde es einfach wirklich krass. Ähm, können Sie sagen, welche konkreten Handhabe es gibt, um eine Äußerung zu erzwingen oder Sanktionen durchzusetzen? Was haben wir sonst noch? Ähm, ja, also den Journalisten hier, und ich meine, wir wissen ja, aus welchem Milieu das die Journalisten, die zu über 90 Prozent kommen, ähm, 91 Prozent, glaube ich, waren es, ähm, aus welcher politischen Richtung, äh, wissen wir ja. Da gab es ja die Umfrage, beziehungsweise die kleine Studie, und, ja. Genau. In der Ratsposition gibt es eben keine Regulierung für Over-the-Top-Messenger, wie zum Beispiel Telegram. Also allein sowas finde ich schon mal interessant übrigens, also, ja, aber man sieht auf alle Fälle, äh, was die hier wirklich, äh, wollen und fordern, und wie diese Journalisten einfach die Zensur wollen, und dass denen gar nicht schnell genug gehen kann. Also das ist wirklich geisteskrank. Ach ja, und hier, ich hab, ähm, bei mir wird letztens ein Video gelöscht, wo ich genau das, äh, erwähnt hab, ähm, dass eben noch keiner dran gestorben ist, an dieser Variante. Näher kann ich es ja nicht, äh, sagen. Und, ähm, ja, das ist interessant, denn die WHO sagt genau selbst dasselbe, und, äh, mein Video wurde gelöscht, weil ich der WHO widerspreche. Oder geht es vielleicht einfach darum, zu zensieren und oppositionelle Meinungen klein zu machen, aber nein, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, und auch YouTube ist schon ein bisschen älter. Ähm, auch YouTube hat die Richtlinien, äh, angezogen, und da geht es immer weiter. Und, ja, wer gegen Impfung ist, wer gegen Impfpflicht ist, wer einfach sich der Opposition anschließt, ähm, der ist frei zum Abschuss, der ist vogelfrei quasi. Vielleicht hast du genug Geld und kannst gerichtlich dagegen vorgehen. Dann kannst du nämlich jeden, äh, Prozess gewinnen, und vor allem gegen YouTube. Und mittlerweile wurden fast alle Prozesse zum Thema Zensur und Kontolöschung gegen YouTube gewonnen. Und da YouTube halt eben dann relativ, eine relativ große Plattform ist, und eben zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt, blablabla, darf YouTube, hat YouTube nicht nur Hausrecht, sondern muss sich eben anderen Rechten unterwerfen. Ja, hochinteressant. Genau. Wir haben das eben dann schon festgestellt, habe ich ja gerade, äh, erzählt. Die gefährliche Fehlinformation und so, genau, Querdenker töten alle und so, wie die Polizisten letztens da meinten, ähm, Querdenker sind Mörder. Und, ja. Werden vorhanden Videos gelöscht, in denen fälschlicherweise behauptet werden, zugelassene Impfstoffe seien gefährlich. Well, wir haben die Fakten. Wir haben Studien. Aber auch Studien werden von YouTube zensiert. Weil es hier nur um Zensur geht. Es geht nur um staatlich verordnete Zensur. Und das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Also, die Zensur, die hier aufgerollt wird, geht jetzt richtig los. Und unsere Meinungsfreiheit wird sterben. Und wir haben auch in Deutschland schon eben Hausdurchsuchungen gehabt, wegen Kommentaren auf Facebook, auf YouTube, wegen YouTube-Videos und so weiter. Gehen auch hier Kanäle, prominente Impfgegner entfernt. Hochinteressant. Also, ja. Übrigens, laut einer Studie zu den einflussreichsten Verbreitern von Corona-Falschinformationen. Es gibt Studien zu... Wow, also finde ich immer recht interessant. Ja, genau. Also, das finde ich mal hochinteressant. Also, generell auch hier zum Beispiel. Auch der Kanal des prominenten Impfgegners Robert F. Kennedy, der Sohn von John F. Kennedy ist das übrigens, wurde gesperrt. Also, das ist absolut, absolut krank. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krank. Also, ja. Auch hier Falschbehauptungen zu Autismus und Krebs. Und das sagt, hmm, lasst uns mal überlegen. In den USA gab es mittlerweile über 100 Gerichtsprozesse, die gewonnen wurden, dass sowas ausgelöst werden kann durch, ihr wisst schon was. Aber ich meine, die Gerichtsprozesse, die werden natürlich einfach alles auch nur Impfschleugner sein. Und, also, ich meine, dass bei Gerichtsprozessen wirklich die Fakten aufgerollt werden müssen. und so, spielt ja keine Rolle. Also, das sind, das sind bestimmt einfach auch nur alles, alles Leugner, alles Querdenker und so. Und, ist ja vollkommen egal. Und, interessiert ja sowieso keinen und so. Ja. Genau, YouTube hat 130.000 Videos gelöscht, die, äh, die Corona-Impfkampagne stören. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und, wir, äh, erinnern uns, auch genau hier, auch, äh, Russia-Totel-Boot gesperrt und so weiter. Also, die Zensur fängt jetzt richtig an zu laufen. Und, jetzt wird ja wirklich jeder wegzensiert und verboten, der sich hier irgendwie, äh, gegenüber dem Regime abfällig äußert. Und, auch bei mir sind es immer mehr. Und so, wenn mehr Sachen gelöscht werden. Auch hier, Beleidigung von Tessa Ganserer, Unternehmen muss saftige Geldstrafe zahlen. Ähm, eine rechtspopulistische Internetplattform. Ähm, ich habe mir das Ding mal angeschaut. Rechtspopulistisch. Pflegedrama, okay. Irgendwelche Interviews, keine Ahnung, Impfen sind, Ungeimpfte sind schuld, Ungeimpfte sind schuld. Was haben wir sonst noch? Politik der Unglaubwürdigkeit, Pandemie der Unwissenheit. Das sind natürlich absolut rechte Themen. Jeder dieser, wie viel ist denn es? 20 Millionen Ungeimpften oder was das sind? Die sind alle rechts, die sind alle Querdenker, die sind alles Terroristen. Ähm, wir kennen das. Alle rechts, alle rechts, alle verbieten. Ja, alle sind rechts. Also wirklich, wirklich krass, wie hier wirklich einfach vorgegangen wird. Ja, eine Impfquote von 90% reicht auch nicht mehr, habe ich glaube ich noch nie erwähnt, wurde auch schon, ähm, ja, quasi mal so herausgefunden. Und ja, um was geht es hier? Äh, 24.000 Euro, weil er angeblich jemanden nicht mal beleidigt hat, sondern weil es um Schmähkritik ging. Ja, die gleiche Schmähkritik, wie zum Beispiel ein, ähm, wie heißt der komische, Affe aus dem, aus dem ZDF, oh Gott, Böhmermann oder so, war das der? Glaube ich. Ähm, quasi, tagtäglich macht. Ja, Weber, der eine Gesellschaft für freies Denken und politische Anflussnahmen propagiert, hatte sich vor ganzem Jahr, bla 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 bla, ähm, unvermittelt blendet ihr ein Bild ein, das ganze Sache und mehrere Mitglieder der deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersektionalität zeigt. Weber titulierte die abgebildeten als Figuren und Lachnummer. Man könnte sie auf eine Kippenschachtel tun als Warnhinweis. Ja, ja, also solche, solche Aussagen und ich meine, solche, wirklich auch sarkastischen Aussagen sind in Deutschland verboten. Ja, da werden Leute einfach finanziell ruiniert oder sie gehen direkt ins Gefängnis. Also, es ist wirklich unglaublich. Also, die Demokratie in Deutschland ist tot. Es ist wirklich tot. Und er gilt sogar jetzt als vorbestraft. Also, das ist wirklich geisteskrank. Und ja, auch hier zum Beispiel, das war Anfang des Jahres, Hessischer Landtag und auch hier wird wieder Stimmung gemacht, der Landtag verurteilt, dass extremistische Kräfte, Populisten und Querdenker, auch wenn sie nur für eine Minderheit in der Bevölkerung sprechen, versuchen, die Jahrhundertherausforderung, die Jahrhundertherausforderung, der Pandemie für einen Angriff auf unser politisches System und unsere Wertefundaments nutzen. Nein, es sind nicht Querdenker, die das Ganze machen oder Populisten oder was auch immer. Es sind die Politiker selbst, die Deutschland zu einer Diktatur umbauen wollen, die Deutschland zu einem faschistischen Land machen oder gemacht haben. Ja, es sind Politiker, es ist die Regierung, es ist der Staat, der unser Land hier wirklich zerstört hat und der auch wirklich immer weitere Maßnahmen sich überlegt. und ausarbeitet, wie sie gegen die Menschen immer härter und immer krasser vorgehen können und wie sie die Menschenrechte immer weiter einschränken können, dauerhaft. Es ist einfach ein Krieg, es ist einfach ein Informationskrieg mittlerweile und dieser Informationskrieg wird bald eskalieren. Da habe ich schon mehrmals drauf hingewiesen. Dieser Krieg wird nicht mehr bald nur um Informationen gehen. Es wird bald richtig knallen. Genau, die Verächtlichung von Medien und Wissenschaft sowie der Leugnung von Fakten. Ich weiß nicht, ob die hier von den Politikern selbst reden, denn beim letzten Mal, als ich mal so mich informiert habe, war die Leugnung von Fakten ausschließlich von Seiten der Politik, denn Studien interessieren hier keinen. Auch um die neue Variante, um deren Gefährlichkeit, aber wenn die neue Variante ungefährlicher ist, wäre das ja ein unkalkulierbares Risiko. Also es ist die Politik, die hier wirklich Fakten leugnet und die Wissenschaft leugnet und mittlerweile sogar schon auch Leute wie Anwälte und Richter zum Teil durchsuchen ließ, also beziehungsweise in den Häusern mittlerweile durchsucht wurden oder die man teilweise auch für ein paar Stunden oder ein paar Tage in den Haft kamen und so weiter. Also der Staat geht wie in den 30er Jahren gegen alles und jeden vor, der sich in seinen Weg stellt und die Diktatur darf einfach durch nichts und niemanden gestört werden und das ist wirklich das, worum es hier wirklich geht. Genau, ja angeblich sind ja alle, gibt es ja die legitime Diskussionen und so, aber dass natürlich alle legitimen Diskussionen automatisch extremistisch, populistisch, Querdenker und Terroristen und alles sind, das ist natürlich, das hat natürlich keinen Zusammenhang. Also, aber klar, es gibt es ja die legitimen Diskussionen, aber natürlich nur, wenn man in der Meinung der Staat das ist, nicht sonst. um den richtigen Weg zu bekämpfen, müssen Wissenschaft und Fakten als Grundlage dienen. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Staat, der fucking Staat sagt, Diskussionen müssen auf Grundlage von Wissenschaft und Fakten als Grundlage dienen. der Staat verbietet euch, Diskussionen ohne einen Bezug von Wissenschaft und Fakten zu führen. Junge, es wird unglaublich. Und ja, auch im Dritten Reich gab es die Wissenschaft, die sagte, hey, wenn wir das und das machen, das ist wissenschaftlich, tut das und so weiter. Holy shit, Alter, hier wird einfach irgendeine, also hier werden vor allem auch teilweise vom Staat selbst bezahlte Wissenschaftler, Wissenschaftler bezahlt, um deren Meinung und deren Propaganda zu verbreiten. Und, also, holy fucking shit. Ja, der Landtag hält dies für unverantwortlich. Alles klar. Mhm. Die pauschale Ablehnung aller staatlichen Maßnahmen zur Einnämmung der Pandemie erschweren die Pandemiebekämpfung und gefährden damit das Leben und die Gesundheit vieler Menschen. Ich erwarte noch auf den Tag, wo das hier als Grund genommen wird, die Leute zu erschießen oder so. Das wird noch kommen. Eng wird das kommen. Auch hier im August, SPD-Fraktionsvize denkt über Verbot der Querdenker-Szene nach. Mittlerweile sind es zu viele wahrscheinlich. Mittlerweile sind es Hunderttausende, sind es Millionen und es werden jeden Tag mehr und von den Pro-Impf-Geimpften, wie auch immer, werden es jeden Tag weniger. Und es sind mittlerweile Millionen. Es sind auf den Straßen Hunderttausende und wir haben mittlerweile im Internet, online und im stillen Kämmerchen haben wir Millionen mittlerweile. Millionen, die sich entweder mit Querdenken identifizieren oder wirklich sagen, ich bin Teil davon. Ja, und hier letztes Jahr, wegen der aufgeheizten Stimmung im Land, sei es zu gefährlich, wenn Leute auch noch mit Sprengstoff durch die Straßen laufen würden. Zum Thema Silvesterverbot oder Feuerwerkverbot. Geht es hier um Gesundheit bei Silvester selbst, an Silvester selbst oder fürchtet man einfach schon und fürchtet man auch schon 2020 einfach den kommenden Bürgerkrieg? Hm? Who knows? Auf alle Fälle, ich sehe das mittlerweile als doch relativ und es sagt sich übrigens nur dieser Michael Koffer, das hat auch schon der ehemalige Innenminister Seehofer gesagt, in dieser aufgeheizten Stimmung dürfte man Leuten halt eben keine Sprengstoffe in die Hand geben und so weiter und der Staat hat mittlerweile richtig Angst. Der Staat hat mittlerweile richtig Angst und er fürchtet sich vor dem kommenden Bürgerkrieg. Denn jetzt, wenn Feuerwerk mittlerweile schon als problematisch gesehen wird, ihr könnt euch vorstellen, um was es hier geht. Heute in der Zeitung übrigens auch gelesen, Waffenmissersatz soll eingeschränkt werden, legal und illegal, vor allem legal aber übrigens, die sollen ständig überwacht werden und wer zum Beispiel auch gefährliche Sachen postet oder sich auf bestimmte Art und Weise äußert, soll eben dann sofort seine Waffen verlieren und seine Waffenmissersatzkarte verlieren. Und soll keine Waffen mehr besitzen dürfen. Also die wollen uns entwaffnen, die wollen uns quasi jedes Mittel nehmen, denn der Staat fürchtet den Bürgerkrieg und der Staat wird diesen Bürgerkrieg bekommen.